Im Nordosten der USA bereiten sich die Einwohner auf einen heftigen Schneesturm mit hohen Windgeschwindigkeiten vor. Am Montagabend kam es durch die winterlichen Wetterbedingungen auf einer Schnellstraße in Chicago zu einem Unfall, mehr als 30 Autos waren nach Angaben der Polizei daran beteiligt. Dies war wohl nur ein Vorgeschmack auf den anstehenden Blizzard. Der New Yorker Bürgermeister Bill de Blasio bereitete die Bevölkerung am Montagabend auf die Schließung der Schulen vor. Der Schneesturm wird wohl genau dann eintreffen, wenn Eltern für gewöhnlich ihre Kinder hin- und herfahren. Bei noch strahlend blauem Himmel deckten sich die Einwohner von New York City am Montag in diesem Baumarkt mit Schneeschaufeln und Streugut ein. Zuvor hatte die Nationale Wetterbehörde eine Blizzard-Warnung für die Bundesstaaten Pennsylvania, New Jersey, New York und Connecticut herausgegeben. Am frühen Mittwochmorgen werden dort bis zu 60 Zentimeter Schnee erwartet. Am Dienstagmorgen dann lag der Times Square in New York bereits unter einer ersten noch zarten Schneedecke.